moin und herzlich willkommen bei league of legends und ich sehe gerade wir haben einen dc super what a great start du sagst es classic start ja wir sind wieder unterwegs in der flex q spielen gegen den poppy wir uns ja ein bisschen countert aber sollte kein problem sein zumindest letzten spiel was gegen poppy hatte war weniger das problem so hoffentlich kommt er wieder ist mir natürlich nicht schlecht ich hoffe dass der victor diesmal besser performt gegen die arie als der letzte victor mit dem ich spielen musste gegen die arie der hat nämlich mal habt gefeatet und dann war das nicht mehr caribou oder überhaupt in irgendeiner art und weise machbar zur poppy agress mit das schon mal gut das schild das bisschen komisches weil eigentlich kann die wunderbar abc 10 aber gut vielleicht kennt der gute kerl das noch nicht so das erste was wir gleich kriegen werden das bestimmten schild aufruf naja komm ich hab halt her Anni, Dele gleich mal den ersten stand aber das gute ist ich habe meinen system jeden fall worden das ist natürlich nicht so gut schön in den tower ein mit der blöde wave und sie knicken mit einem freeze so wie ich bin zwölf zu siebzehn sehr gut ja fuck you ach komm mist stück das war bad von mir das war saubett von mir kurz hat schon mal kein port das ist jetzt schön das jetzt schon mal unschön die stopp seit das gut ist erstmal soweit ledigt umlegen naja gut jetzt ist der freeze aufgelöst okay wir stehen 22 833 28 im farm und madame hat schon mal und madame hat schon mal dicke eingekauft hallo das ding kann sich gleich mal oh gott sei dank aha ach das gibts doch nicht mann hier schacko mach mal was jetzt das fuckt mich grad übelst ab mein gott scheiß prozentualer damage waren jetzt pusht meine lane auch noch was hat sie rüstung rüstung schuhe scheiß trägt man das nicht gut gerade scheiß start definitiv und 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 topi wird zum problem so scheiße viel hp hat einfach mal ein halbes level schon voraus ist wahrscheinlich gar nicht gleich der lee aufschlägt verpasst ich weiß nicht wo der ist ja geh weg jetzt das war kein trade den ich hätte nehmen sollen ah lol Fucking Stun, was geht da hier? Der will mich doch verarschen, oder? Ja, ich ersack auch gerade. Oh, lol, what? Ja, da sie ist, die ist hot, das ist durch 3, ah, kacke, ey. Ja. Hitbox, OP. Oh, freeze. Oh, Gott, ey, ich spiel das aber auch gerade super Gurke. Oh, Gott, ey, ich spiel das, was ich spiel das. Alter! Willst du jetzt mal hochkommen? Wie wär's? Oh, Mann. ja natürlich war ja klar das ist auf jeden fall eine poppy die weiß was sie tut was mich übelst abfuckt gerade top ist wohl jetzt schon mal kein tp das schon mal gut aber ich brauche jetzt oh lol die hat schon geangelt okay die zwei level hat drückt mich jetzt einfach ganz hart unter den turm ja komm her ich ja eigentlich kann ich nichts machen gerade die ist drei level vor mir danke ich brauche ein bisschen hilfe beim tauren das ist euch schon klar alter schwede ja hält connect dann ist wohl war ich habe halt nix so viel zum thema hält also jetzt muss keine ultimate mehr aber der lee ist auch miss ja shit super super klasse aber es ist egal danke oh mein gott okay mein gott das ist aber auch doofer unter dem tower zu fighten okay okay jetzt geht das schon wieder los okay 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 ich hab auch tp geht das mal weg ja gut ja gut ja gut okay 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 alle miss jetzt brauche ich hilfe das ist so kacke man die drückt mich einfach hat unter den turm ja mach oder willst du mich verarschen hallo freunde code need a bit help ich bin so tot jetzt alles oder nähe und wir haben den scheiß turm gedreft und wir haben den scheiß turm gedreft so können wir es auf jeden fall ein bisschen runter drücken das ist clear Ja. 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 Wutwutwutwutwut ja wow ja natürlich was denkst du denn du besser super gut 400 gold noch hol diesen verkackten tor jetzt endlich sehr wahnsinnig ich spiel aber auch gar gucke Oh nein Jawoll Ich hoffe, ich miss immer noch. Oh nein. Oh nein. Not long. Blocket. Na, fuck you. Ich hörte sie doch einfach. Sehr gut. Tu was! Ja. Ich geh mal oben pushen. Hm. Die wird böse. Krieg ich noch eine Wave? Möglicherweise. Nein. Nein. Hallo. Alles gut. Hm. Nein, es sind nur vier. Geh doch bitte zurück jetzt. Alter, du bist der Depp bist du. Ich geh nur drei. Da ist ein Wort. Ah, kacke. Okay. Ja. Oh, mein Gott. Nein. Ja. 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 Ich hab zwei getradet. Ich hab zwei getradet. Push die Wave von unten raus. Ja. Ja. Ja, mal hin. alter schweb was war das denn für ein komisches komischer fight gar nicht kaffling zum dicks jetzt kommen auf jeden fall noch die ist halt das was hier was heute ihr wollt jetzt einfach mal zu den poppy raven irgendwas fällt halt jetzt meine kinder vision kinder vision hier ist ein wort das sind klären das ist die poppy gott deswegen wo geht man hin jetzt wir haben einen offenen in hier 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 Ich denke die werden Baron gehen. Die gehen Baron. Ja doch nicht, die wollen bitte pushen. Ja. 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 Danke. 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 Alter, du gehst schon wieder face to face gegen eine Poppy. Was, 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 was tust du? Ja. Lass einfach hart jetzt den Tower holen, bitte. Ja. 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 Ich glaube nicht, dass wir das können. Ja. Ja, ja. 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 ok der dragen macht es einfach mal alles lang just attack the fucking in hip den turm kriegen sie auch noch einfach back einfach back die werden hier alle sein ne ja wir können den tower einfach holen das ist so easy nope tot gut 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 Ah, komm. Ah, komm.